Missa, missa, ey man. Hallo Leute, ich bin der Miro und ich bin wieder da. Mein Internet war für fast genau eine Woche komplett weg, weil mein Anbieter ein bisschen was verkackt hatte. Und ich glaube, ich hatte in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so eine große Pause hier auf YouTube. Und auf jeden Fall, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Habt viel Spaß mit der Folge und los geht's. Bei mir ist gerade die Twitchzone vorbeigefahren und ich habe hier mindestens einen. Das ist dein Mann auch. Was? War das ein A's? Nee, einer fehlt, glaube ich. Nee, ich bin so. Was? Oh, Thatcher ist im Nebenraum da. 10 Sekunden left. Protect the biohazard container. Stop the hostiles. Ja. Ja. Schön, Miro. Aber weißt du, Miro, und du rennst dein Deadshot vorbei, ich sterbe hier. Landed, liegt da unten. Target located. Target floor. Rot. Target down. Ab denn. Ich glaube, den am Dropper zu hören. Smoke, smoke, rechts, Karino, langer Gang. Top 4, last operator standing. Hast du noch vorne? Meiner Raum ist clear. Äh, im restlichen Raum ist auch niemand. Ah, der wird wahrscheinlich im Floor sein. Ja, hier neben uns. Boah. Ich habe kurz die Waffe gesehen. Lol, ich habe gerade random durchs... Okay, nehme ich so. Oh, hat der schlecht geschossen. Going live. Secure the container. Pass auf, Tachanka steht da mit dem Schild. Schön abgang. Tachanka ist da hinter dem Schild. Ne, er ist nicht mehr hinter dem Schild. Die haben dann einen Übergang. Mira ist links drinne. Und Übergang zum Raum, wo das Schild ist mit Tachanka gerät. Er war aber gerade nicht dran. Ja, ignoriere es dann auf einmal komplett. Alles klar. Hä? Ist die da nicht mehr drin? Oder wieso ignorieren die das? Doch, die ist da noch drin. Dann werden wir nicht. Chill, bis der random auch was macht. Nicht, dass du stirbst und nicht mehr zu sagen. Das macht einfach gar nichts. Warte, jetzt push da ein bisschen. Mach den Übergang auf. Er ist ausgelaufen. Jetzt ist der, der ist wieder drin. Bleib safe, bleib safe. Ich komme, ich komme, ich komme. Da kommt aber auch noch jemand oben an Säulen und im Büro. Beide. Also das sind die beiden. Loll, Granate. Die vom Büro habe ich glaube ich. Ja, ja, die ist tot. Pass auf, bei diesem Loch nicht, dass er es passiert. Bleib gedockt, bleib gedockt. Ich ende ab. Lobbycam ist weg. Oh fuck. Hat das gedroppt? Hm, der ist seit neben mir. Messer, Messer einmal. Messer. Ob der jetzt wohl ein Herz gefuckt hat? Oh fuck. Okay, klar. Er war auch noch so arschnah an dieser Wand, wo ich stande. Steht jetzt im Gang. Bleibt er da? Ja, steht im Gang. Ist am Boden. Miro und Tog waren im Baum. Oh fuck. Ich habe nur die Zeit verschwendet hier für die ganze Scheiße. Leute, Montagne ist bei mir. Oh, Badezimmer? Ja. Ich glaube, die Bana auch. Ich werde geflasht. Einer ist in der Falle. Einer ist in der Falle. Ich glaube, Montagne. Ah shit, man. Shit. Einer, ich höre den bei mir hier. Ja, Kitchen. Äh, Kitchen. Küche. Äh, äh, nicht Küche. Kitchen auch nicht. Bad. Brone ist unten in der Lobby. Noch einer bei mir. Ah, four, eliminate. Und hier ist jemand. Boah, waaat? Ich...das ist doch einfach nur der scheiß Schädel da! Ach, kommt schon, Boys! Kampfer, wir lassen uns nicht. Kampfer, wir lassen uns nicht. Kampfer, wir lassen uns nicht. Jekyll, äh, die Warnung kommen bei diesem Fenster. Hier, hinter dir. Und das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, dass wir nicht wieder so eine lange Pause bekommen, zumindest in einer langen, langen Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, beibeleute und ciao.